Und willkommen zurück zur weiteren Aufnahme Let's Play Minecraft von der Sommer. Ich habe hier in der letzten Aufnahme mal so das Grundgerüst für den hinteren Mast. Da müssen jetzt noch irgendwie Segel ran. Im Hafen würde ich ja sagen, sind die nicht auf, weil das ist ja Blödsinn. Ach, das wird schon wieder dunkel. Das macht es mir etwas einfacher. Dann muss ich sie nur quasi da irgendwie befestigen. Und schwupp, es wird ja schon wieder Abend. Kann ich mir noch eben... Ne, das lassen wir mal. Sonst spawnt hier gleich irgendwas, was ich nicht will. Also erstmal schlafen. Und, äh, gucken läuft die komische Aufnahme jetzt mal wieder. Ich hab da ja immer so meine Probleme. Das sieht soweit ganz gut aus. Ja, okay. Back to game. So, dann mal eben wieder ein bisschen Nadelholz hier holzen. Ja, ja, ja. Das ist auch irgendwie komisch, dass hier der Schiffsbaumeister sein Holz ja morgens erstmal selber schlägt. Das ist, glaube ich, nicht so üblich eigentlich. Hier so Meierwerft, Papenburg. Ich glaub, da läuft das irgendwie anders. Aber, okay. Man kann nicht alles haben. Da muss ich halt mal eben dann erstmal selber morgens immer schön die Tannen abmachen. So, da, 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 da. Aber das ist auch nicht so schlimm. Geht ja immer ganz fix. Die müssen wir mal gerade dabei. Kann ich mir überlegen, wie geht's denn jetzt erstmal. Ach, die sind noch gar nicht gewachsen. Tja, okay. Wie geht's denn dann mal weiter gleich? Hm, hm, hm. Eins, zwei. Oh, ich hab einen Setzling zu viel. Äh, zu viel ist gut, zu wenig. Könnte da auch mal eben einer runterfallen. Vielleicht hier da, du, da, der, der. Du vielleicht. Da hab ich doch irgendwie sowas gesehen. So, danke. Und warum mach ich den eigentlich da oben hin? Ach, ist ja egal. So, zack. Äh, so, jetzt hab ich, ähm, das finde ich soweit in Ordnung. Jetzt ist die Frage. Mach ich jetzt erst den einen Mast. Kann ich das bitte mitnehmen? Hallo? Ne? Mach ich jetzt erst den einen Mast komplett? Oder bereite ich die anderen auch schon mal soweit vor? Das ist ne gute Frage, ne? Äh, tatsächlich weiß ich das nicht. Hm, ich denke, ich mach jetzt erstmal die anderen auch soweit, oder? Ja, ich denke, hier vorne mach ich dann mal nur ein Siegel, ein größeres. Und oben so ein Kranz quasi. Dann fange ich jetzt mal bei dem da vorne an. Vielleicht schaffe ich das ja... Uuuuh. Äh, upsala. Vielleicht schaffe ich das ja sogar heute. Hallo? Nur eben da hoch. Ist doch nicht so schwer. Na ja, das wirkt hier irgendwie noch dunkel, ne? So, der Mast ist ja auch nicht ganz so hoch. Wie sieht denn das eigentlich von hier aus mit den... Ja, das ist doch schon mal... Ist doch eigentlich schon mal ganz nett, oder? Ja, das ist doch... Kann ich doch so lassen. Wobei der vielleicht noch ein bisschen... Hm... Die sind eigentlich ein bisschen dicht zusammen, ne? Der könnte noch zwei... Ein oder zwei weiter runter. Mach ich auch jetzt erst. Der ist mir zu lang, äh, zu dicht oben. Also, der muss weiter runter. Der muss einfach weiter runter. Hm... Äh, ja. Erde brauch ich. Nehme ich mal statt der Setzlinge. So. So, zack. Welcher war's? Der war's. Der war's. Der war's, der war's. Upsala. Ups. Ein bisschen da vorne und da hinten gesprungen hier gerade. Das ist ja auch gar nicht so schlecht, dass der weiter runter kommt. Das ist eins, zwei weiter runter, ne? Also, eins, zwei weiter runter kommt der da hin. Dann mach ich das jetzt mal eben einfach mir. Mach ich mir das mal eben einfach, wollte ich sagen. So. Äh, und, äh, ja. Weil der Mast da droben über mir dann weg ist, kommt auch die Erde wieder weg. Oh Gott, ich brauche Erde. Ich brauche mehr Erde. Ich brauche mehr Erde. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, so geht das ja ganz gut. Alles schön aufsammeln hier. Bis zur Hälfte etwa, habe ich, glaube ich. Äh, ja gut. Okay. Ich mach das hier jetzt mal so einigermaßen blind. So. Okay, die Erde kann schon mal weg. So, die ist dann auch komplett verloren. Äh, ja, gut. Und, äh, das Ganze nur um diesen komischen Mast weiter nach unten zu packen. Ähm, na gut. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, es wird schon wieder dunkel. Tut es, äh, wird es aber nicht, ne? Nein, wird es nicht. Wird nicht dunkel. Ja, das Schöne ist ja, bei nicht, äh, ausgefahrenen Segeln, also bei gerefften, gerefften Segeln, dass ich da mir keine Gedanken machen muss, wie denn die Segel fallen. Also, wie das dann so runter geht. So, ist das nicht dann doch zu tief? Naja, okay. Wahrscheinlich ist mir das gleich zu tief und ich mach das Ganze wieder einen höher. Oder so. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin da ja sehr... Ach ja, okay. Muss noch einen höher. Ne, doch wieder einen runter. Ne, einen höher. Ne, doch. Och. Ah, einen runter ist jetzt aber auch nicht verkehrt. So, ähm. Zwei dazwischen. Mach ich das jetzt da hin? Nein, ich mach das da hin. So. Drei. Eins, zwei. Drei. Eins, zwei. Drei. Eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Vierzehn. Zwölf. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Ach, stoppe mal eben. Ne Fackel muss da ja noch hin. Die hab ich ja... Hab ich die da... Hab ich die vergessen? Ach du Mist. Da muss ich gleich nochmal gucken. Äh. Eins, zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. Dreizehn. Vierzehn. Fünfzehn. Sechzehn. Fackel. Da ist ne Fackel drauf. Hab ich ganz oben auch ne Fackel? Hab ich jetzt überall ne Fackel? Oder hab ich die doch irgendwo vergessen? Das wäre ja blöd. So, der muss da weg. Der kann da eigentlich auch weg. Äh. Dööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Zack, und ab nach unten. Da habe ich keine Fackeln. Da muss ich nochmal eben drauf hier Fackeln bauen. Zack, uh, vorsichtig. Habe ich denn eigentlich noch Stickys und kann ich mir noch, ich habe noch 28 Fackeln. Diesmal habe ich sie gesehen. Ich glaube, ich bin da schon 13 Mal, habe ich mir Fackeln gebaut, ohne Notwendigkeit, wo ich noch Fackeln hatte. Ach, das ist ja auch schön. Da habe ich ja doch noch ein bisschen Erde wieder aufgesammelt. Das ist ja schön. So, Schaufel hier mal eben. Drei und ein. Der muss da so, eins, zwei, drei und zack. Und jetzt nochmal eben gucken hier, von weiter weg. Ach nee, das sammle ich auch nochmal eben auf hier. Och ja, schön ein Schifftlein bauen. Das geht schnell. Das geht fix. Das mache ich in einer halben Folge, baue ich euch so ein Schiff. Äh, zu einem zweitausendstel fertig. Ja, das finde ich deutlich besser. Finde ich deutlich besser. Den Mast wollte ich da noch weiter rausgucken lassen. Das mache ich aber dann doch später jetzt mal. Ähm, oder mache ich das jetzt doch jetzt? Damit ich dann gleich weiß, wo ich hier anfangen muss mit dem Mast. Und hier wollte ich nur ein Segel machen, oder? Doch, zwei. Ich muss mal eben kurz was futtern. Nur für den Fall. So, dann die Erde in die Hand. Und dann mache ich das mal von hier, 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 eins, zwei, hier, ne? Ja. So, auf nach oben. Das lustige hoch. Springen. Fackel, Fackel, ja. So, lustig, schön, hier hoch springen. Fackel, Fackel. Fackel, Fackel. So, jetzt wird mir wieder ein bisschen schlecht. Fackel, Fackel. Dadadam. So, den mache ich dann nochmal eben. Eins, zwei, drei, vier höher. Äh, irgendwo soll es auch hochgehen. Ich weiß noch nicht genau, wo. Könnte ich ja mir vorstellen, hier, hier ist es nämlich schön verdeckt. Und dann mache ich nämlich hier nochmal so einen Ausguck. Hier geht es nachher mit der Leiter hoch. So, und zack, zack, zack. Ach, Mist, den mache ich nochmal weg da wieder. Jetzt, wo ich schon mal hier oben bin. Und wenn ich da Zaun setzen will, machen wir den halt etwas größer. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Erde, Erde 4 Oh, jetzt ist der so hoch wie der Mist Naja, ok So Ok, kann ich hier irgendwie Zaun drum bauen Habe ich natürlich nicht genug dabei Vermutlich Oder doch Oh, cool, genau Was ich jetzt natürlich nicht dabei habe ist Äh Ok, was ich nicht dabei habe Ist ja Ähm Ähm Naja Ja, ja, doch Alles gut Oh man, das ist ja schon die Nacht halb vorbei Ich muss hier ganz schnell mal Irgendwie weg Und Ganz schnell muss ich jetzt mal eben Schlafen Aber, ach, naja So Aber Jetzt kann ich auch nochmal eben gucken Wie denn das von weiter weg aussieht Ok Das denke ich kann man nochmal anbieten Das ist gut Holla 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 Was für ein Gott ey So Die Segel sind vielleicht etwas breit Da oben Das wäre mir so Die Breite in der Mitte Aber die können eigentlich auch noch breiter Die können so bis hier gehen Aber ist vielleicht doch ein bisschen Sehr breit, oder? Ist ein bisschen Sehr Nein Ne, ist nicht breit Nein Oder doch Ist das ein bisschen zu breit Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Können die so breit bleiben? Können die so breit bleiben? Das ist zu breit, ne? Ich glaube Wenn ich die nur Hier einen breiter mache Und unten Zwei Drei Da weg Und ein, zwei, drei Da weg Ist das besser Ein, zwei, drei Da weg Und Ach mein Gott Ich komme mit dieser Steuerung hier gar nicht klar Ist auch nicht so dramatisch Ist eh der falsche Modus Fürs Bauen Ja Das ist besser Okay Okay So Hier muss nachher noch Eine Leiter hin Dass man da oben hin kann Und wenn man dann da oben ist Dann sieht das Ganze Ups Dann sieht das Ganze ja So aus Dann Ja Von hier sieht man dann nicht so viel Ui Hei hei Einen Schrott Ja Okay Hier können eigentlich drei hin, ne? Der müsste ja dann insgesamt Wahrscheinlich auch noch etwas höher Warum habe ich den eigentlich höher gemacht? Ist doch eigentlich ganz oben drauf, ne? Ja Das ist schon okay Ist vielleicht ein bisschen zu hoch Hei 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 Cool Ja Totenkopf-Flagge da oben Das ist auch nicht schlecht Das ist also zu dunkel da Obwohl Eigentlich hat das was Ich glaube das lasse ich da Genau so hell Oder dunkel Wie es ist Wenn da dann ab und zu was spawnt Ist das ja gar nicht so schlecht Vor allen Dingen wenn es Skelette sind Das hat was Das finde ich ziemlich cool Ich muss mir mal eben kurz hier das Glas nachfüllen Das ist ja echt ziemlich cool Ähm Aber das Ganze ist jetzt doch zu hoch Äh Eins Zwei Drei Vier Ah So Hallo Skelett Mir tut es auch ein bisschen leid Um dich Ja Einen Block hast du ja noch Auf dem du stehen kannst Oh Jetzt nicht mehr So Ach eigentlich hätte ich das ja auch Na gut Jetzt mache ich das aber hier Zu Ende Äh Was halt gesagt So ne Mal gucken Da 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 Äh So ungefähr hatte ich das doch ne Ach den Zaun habe ich jetzt natürlich nicht Ach ich spiele ja immer noch mit 1 2 3 4 5 6 7 8 So ist es glaube ich besser oder Mal eben schauen Ja doch das geht auch Okay Hallo Creeper Hallo Mr. Creeper Wieso spawnst du auf Zäunen Das ist mir irgendwie auch neu Hm Ah ich könnte jetzt hier noch eine halbe Stunde drum rum fliegen Wäre natürlich schöner wenn es fertig ist Aber wo ich gerade hier bin und das so sehe Mach ich den auch nochmal eben 2 schmaler Einer hätte es vielleicht auch getan Und den auch 2 schmaler Und den auch So So Okay Das ist der hintere Das ist der hintere Mast So bleibt er Da kommen jetzt noch ein bisschen Takellage nachher dran Und äh Segel Wie ich das hier bei diesem mache Weiß ich noch gar nicht Und jetzt ist hier so viel gespawnt Das ist doch blöd Da ist so viel gespawnt Und es wird langsam wieder hell Ich glaube ich verschwinde mal hier auf meine Plattform Guck mal ganz kurz wie lang läuft jetzt hier Das Aufnahmelein schon Knapp 20 Minuten Dann würde ich sagen Ändere ich jetzt mal eben Den Modus wieder Sonst komme ich noch in Versuch Man macht den Rest komplett im Creative Das will ich eigentlich nicht Und beende dann auch jetzt erst nochmal die Aufnahme Bis denn Tschüss Jetzt Vielen Dank.